...zu sagen und was sie können, kann mein Mann auch im Honolulu, im Lande der Azoren und auf Samoa. Da möchte ich sein, da gehen die kleinen Mädchen zum Tanze in das Städtchen, ohne Hemd und ohne Höschen, mit einem Feigenblatt. Ohne Hemd und ohne Höschen, mit einem Feigenblatt. Ohne Hemd und ohne Höschen, mit einem Feigenblatt.